Das ist mein Testmodul für die Weichensteuerung. Ich habe eine Märklin K-Weiche genommen und mit Flurantrieb ausgestattet. Der Stellhebel ist links zu sehen. Und von unten kann man gut sehen, das grün-gelbe ist der Motor. Das ist ein Tortorsantrieb von Circuitron, ein motorischer Antrieb, der die Weichenzunge auch entsprechend langsam bewegt. Der Antrieb hängt an einem Digitrux der X64 und das ist ein Weichendecoder, der dann über LocoNet hier hinten an der IntelliBox hängt. Und da kann ich das dann umschalten. Jetzt will ich das aber nicht nur an der IntelliBox umschalten, sondern eigentlich über ein Stellpult. Und dafür hat es hier diesen Schalter, wenn er denn funktioniert. Und er schaltet das hin und her. Und damit man am Stellpult auch entsprechend sieht, wie die Weiche gerade gestellt ist, habe ich in die Motorleitung LEDs eingehängt. Jetzt sieht man, wie die hier umschalten. Das ist gerade. Jetzt ist es ein bisschen gedimmt und so wie der Motor fertig ist, wird es heller. Bei grün sieht man es besser. Gedimmt und dann wird es heller. Und das ist mein Versuchsaufbau und ich denke, ich werde das entsprechend für meinen Bahnhof in Thalheim mal komplett aufbauen mit allen fünf Weichen und dann sehen wir weiter. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018